Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Funktionsdiagnostik und den Therapiesystemen. Ich möchte in der Vorbereitung für das Praktikum bzw. in der Besprechung des EKG-Systems weitermachen, in der Besprechung des Arduino-basierten EKG-Systems weitermachen und möchte dann heute Ihnen die Analog-Digital-Konversionsfunktion des Arduinos etwas näher bringen. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, wir haben hier unsere kleine EKG-Verstärkerplatine, die wir dann mit dem entsprechenden Kabel und den Elektroden an den Extremitäten befestigen und das EKG-Signal, das bioelektrische Signal, wird dann halt hier von der Verstärkerplatine verstärkt, ist dann aber noch ein analoges Signal und dieses Signal kommt dann, und das gucken wir uns dann auch noch genau an, kommt dann über den Arduino oder kommt dann zum Arduino und wird vom Arduino dann digitalisiert und, das haben wir uns letzte Stunde ja oder letztes Video uns schon angeguckt gehabt, wird dann über die Serie der Schnittstelle entsprechend zum Computer geschickt, um dort dann visualisiert und auch weiterverarbeitet werden zu können. Und das ist genau jetzt die Schnittstelle, wo das analoge EKG-Signal ankommt und dann vom Arduino in einen digitalen Wert umgewandelt wird. Das ist die Analog-Digital-Konversion der ADC. Der hat ja auch da seine entsprechenden Beinchen. Ich will nochmal auf diese Folie gehen, die wir ja auch jetzt fast in jedem Video hatten. Also wir haben jetzt hier den analogen Eingang. Also hier kann ich jetzt den Ausgang des EKG-Verstärkers anschließen, also an ein ADC-Beinchen, das ist jetzt hier natürlich nur symbolisch, dass es diese Beinchen sind, das kann auch irgendein anderes Beinchen sein. Da wird jetzt eine Spannung angelegt, die vom EKG-Verstärker kommt und diese Spannung wird jetzt nicht nur in High oder Low umgewandelt von unserem Arduino oder von dem AVR-Mikrocontroller, sondern in einen Zahlenwert und das steht hier ja auch schon, wir haben hier einen 10-Bit-Analog-Digital-Konverter, das gucken wir uns gleich auch nochmal ein bisschen an. Die Zahl, dieser Spannungswert wird also in einen Wert zwischen 0 und 1023 umgewandelt. 2 hoch 10 ist ja 1024, damit haben wir 1024 Stufen und wenn wir bei 0 beginnen, ist dann die größte Stufe 1023. Ja, wie funktioniert das genau und wie hängt das Ganze zusammen? Das möchte ich Ihnen jetzt mit Tinkercad erklären, denn das kann man da sehr übersichtlich und schön machen. Gehen wir mal kurz auf die Tinkercad-Umgebung. Ja, ich hoffe, Sie haben das auch schon mal sich angeguckt gehabt. www.tinkercad.com Mein Monitor ist jetzt hier in einer relativ hohen Auflösung, deshalb können Sie möglicherweise die URL da auch nicht lesen, aber in einem der vorherigen Videos ist die auch angegeben. Da kann man sich dann halt entsprechend einloggen. Ich gehe jetzt hier auf Circuits und ich will erstmal einen neuen Schaltkreis erstellen. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz mit Ihnen auch nochmal durchsprechen, wie kann ich mir überhaupt eine variable Spannung erstmal erzeugen, damit ich das Ganze simulieren oder mit dem Ganzen ein bisschen spielen kann. Aber wir wollen jetzt nicht sofort das EKG anschließen, sondern wir wollen erstmal die Grundfunktionalität uns angucken, das verstehen. Und da sollten wir uns halt jetzt eine Spannungsquelle, eine variable Spannungsquelle überlegen, die wir halt selber variieren können. Und da will ich mal eine kurze Schaltung aufbauen. Das will ich jetzt auch Schritt für Schritt hier machen. Ich nehme unser Steckbrett. Sie sollten ja auch hoffentlich mittlerweile oder aktuell werden ja jetzt die Kits verteilt, sodass Sie dann auch mal so ein Steckbrett zur Verfügung haben. Was ich jetzt hier mache, können Sie mit Ihrem Steckbrett nicht unbedingt nachvollziehen, weil Sie möglicherweise dann einen Potentiometer, das wir gleich einbauen werden, nicht zur Hand haben. Aber Sie können nachher natürlich dann Ihren Arduino verkabeln und Sie sehen dann auch mal so ein Steckbrett hier, wie es dann live aussieht. Und wir merken uns wieder, diese nebeneinander liegenden Verbindungspunkte sind alle miteinander konnektiert. Das heißt, egal ob ich das Kabel da oder da reinstecke, die sind dann verbunden. Hier oben haben wir Plus und Minus. Und dann können wir damit entsprechend arbeiten. Das will ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Erstmal an einem einfachen Beispiel mit einer Batterie. Ja, Sie sehen, das ist sehr, sehr anschaulich. Ich habe hier eine 9-Volt-Block-Batterie. Die ziehe ich mal, das Ganze ziehe ich mal hier ein bisschen rüber, damit ich dem nicht im Weg stehe. Verbinde jetzt mal hier den negativen Anschluss dann auch mit dem Minus meines Steckbrettes, den positiven Anschluss mit dem Plus meines Steckbrettes. Wenn ich es ganz schön machen will, mache ich das Kabel auch noch rot und das Kabel mache ich schwarz. Und wie kann ich mir jetzt eine variable Spannung einstellen? Das mache ich ja typischerweise, wie wir aus der Elektro-Technik kennen, mit einem Spannungsteiler. Also indem ich zum Beispiel zwei Widerstände nehme, sie in Reihe schalte, dann je nach Widerstandsgrößen fallen an den beiden Widerständen unterschiedliche Spannungen ab. Da gibt es auch ein bestimmtes Bauteil, wie ich halt variable Widerstände mir dann generieren kann. Und dazu nehme ich mir dann hier ein Potentiometer. Und das setze ich jetzt mal hier rein. Ja, ein Potentiometer kann ich mit entsprechenden Beinchen verbinden. Letztendlich ist das nichts anderes als ein variabler Spannungsteiler. Ich habe zwischen dem linken Eingang und dem mittleren Abgriff dann einen variablen Widerstand und zwischen dem mittleren Abgriff und dem rechten einen variablen Widerstand, den ich hier, das kann ich jetzt nicht bewegen, erst wenn ich die Simulation starte, den ich dann hier entsprechend einstellen kann. Ich will es Ihnen kurz zeigen. Wir gehen einfach mal hin und verbinden mal den Minuspol mit dem linken Beinchen. Ja, in dem ziehe ich jetzt hier von der oberen Leitung mal hier eine Leitung hin und ziehe dann eine Leitung hier rüber. Jetzt habe ich den Minuspol der Batterie mit dem linken Beinchen des Potentiometers verbunden. Das Ganze kann ich auch mit dem Pluspol machen. Ich ziehe das Ganze bis hier hin und ziehe jetzt hier einen Kanal rüber. Jetzt habe ich entsprechend Plus und Minus hier eingestellt. Wenn ich hier auf das Potentiometer klicke, dann sehen Sie auch hier oben, ich hoffe, das können Sie sehen, der Widerstand des Gesamtpotentiometers, der ist jetzt hier 250 Kilo oben, das können wir so lassen, aber vielleicht machen wir auch normal nur 100 Kilo oben. Das ändert aber am ganzen System nichts. Und jetzt kriege ich hier am mittleren Abgriff je nach Potentiometerstellung eine unterschiedliche Spannung. Denn wenn ich einen Potentiometer drehe, ändere ich sozusagen den Widerstand, der zwischen linken Beinchen und mittleren Beinchen ist und der zwischen mittleren Beinchen und rechten Beinchen ist. Die Summe ist immer 100 Kilo oben, aber je nach Stellung des Potentiometers würden wenn diese 100 Kilo oben in zwei verschiedene Werte entsprechend aufgeteilt. Und diese Spannung kann ich jetzt auch mit einem Multimeter entsprechend messen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier in meiner rechten Spalte nach Multimeter suchen. In der einfachen Ansicht ist es glaube ich doch unten rechts ist es dabei. Ja, dann ziehe ich mir hier jetzt einen Multimeter hoch und kann jetzt diese entsprechende Spannung messen. Den negativen Pol meines Multimeters verbinde ich jetzt mal hier mit dem Minuspol und den Pluswert, den verbinde ich jetzt mal hier mit dem Mittelabgriff. Und jetzt wollen wir das noch ein bisschen schöner machen. Dann legen wir uns mal hier das Kabel jetzt so ein bisschen außen dran vorbei. Und das Ganze dann hier entsprechend auch. Es hat jetzt keine elektrische Relevanz, aber ich finde das sieht dann irgendwie ganz gut aus. Also wir gucken uns die Schaltung an. Die 9 Volt der Batterie liegen jetzt hier zwischen linken Beinchen und rechten Beinchen. Je nach Stellung des Potentiometers wird jetzt hier ein unterschiedlicher Spannungswert am mittleren Beinchen abfallen und den messe ich hier über das Multimeter. Das können wir uns mal angucken. Ich starte mal hier die Simulation. Und wenn ich jetzt hier sehe, dann das Beinchen ist sozusagen das Potentiometer ist ganz links. Jetzt liegt das Mittelbeinchen direkt auf dem Minuspol. Also werden wir hier 0 Volt angezeigt bekommen. Und wenn ich jetzt das Potentiometer hier drehe, dann wird der Widerstand zwischen linken Beinchen und mittleren Beinchen immer größer. Damit steigt der Spannungsabfall. Wenn ich jetzt hier genau auf die Mittelstellung gehe, dann sind jetzt die Widerstände zwischen linken Beinchen, mittleren Beinchen und rechten Beinchen gleich groß. Das heißt, meine Spannung wird genau in zwei gleiche Teile aufgeteilt. Die 9 Volt werden in 2 mal 4,5 Volt eingeteilt. Und wenn ich das Ganze nach ganz rechts drehe, dann habe ich natürlich jetzt hier eine direkte Verbindung zwischen mittleren Beinchen und dem rechten Beinchen und habe also hier jetzt direkt die 9 Volt anliegen. Das heißt, ich kann also hier jetzt mit dem Potentiometer mir beliebige Spannungen zwischen 0 und 9 Volt einstellen. Und das Gleiche wollen wir jetzt mal auf den Arduino entsprechend übertragen. Wir wollen da ja jetzt auch nicht zwischen 0 und 9 Volt messen, sondern wir wollen da zwischen 0 und 5 Volt messen, denn das ist ja der Spannungsbereich, den unser Arduino Uno hat. Ich habe ja hier ein Arduino Uno zur Verfügung bei TinkerCAD. Bei dem Arduino Nano wäre das halt dann entsprechend 0 und 3,3 Volt. Also, wir gehen mal hin. Das ist das Schöne. Wir nehmen mal die Batterie weg. Wir nehmen uns stattdessen jetzt ein Arduino Uno dazu. Mit R kann ich den Arduino Uno hier auch entsprechend drehen. Ich verbinde jetzt mal die 5 Volt hier mit meiner Platine und verbinde Ground mit der Platine. Die muss ich jetzt hier mal überkreuzen. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber das ergibt sich jetzt nun mal so, damit wir das auch hier vielleicht wieder nachvollziehen können. Wollen wir kurz die Farben dann auch anpassen, dann sieht man auch sofort, na, wieso kann ich jetzt hier die Farbe nicht ändern? Der Dialog ist jetzt verschwunden, mit dem ich das normalerweise einstellen kann. Naja, eigentlich kommt jetzt ein Dialog, der mir erlaubt, die Farbe eines Kabels zu ändern. Ich weiß nicht, ob es an der Vergrößerung jetzt hier in TinkerCAD liegt oder ob sich hier irgendeine Funktionalität gerade verabschiedet hat. Ich will mal ganz kurz die Simulation starten. Dann sehen wir nämlich jetzt auch folgendes, vielleicht ist das schon mal ganz gut. Jetzt ist halt unsere maximale Spannung 5 Volt und ich kann jetzt hier nicht mehr zwischen 0 und 9 Volt ändern, sondern ich ändere hier jetzt nur zwischen 0 und 5 Volt, weil halt jetzt die Spannungsversorgung vom Arduino 5 Volt ist. Und wenn ich hier die Mittelstellung habe, ist das entsprechend 2,5 Volt. Mal sehen, wenn ich jetzt die Simulation wieder beende, ob ich jetzt die Möglichkeit bekomme, hier was zu editieren. Nee, nicht. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich zwingend, ob wir die Farben dieser beiden Kabel entsprechend noch verändern. So, jetzt müssen wir aber noch das Ganze hier mit dem Arduino verbinden. Jetzt soll ja der Arduino die Spannungswerte entsprechend abgreifen und in einen digitalen Wert zerlegen. Und dann gehen wir mal hier hin und machen von hier aus ein weiteres Kabel, das also jetzt nicht zum Multimeter geht, sondern jetzt zu einem unserer analogen Eingänge geht. Wir sehen ja hier, können Sie vielleicht lesen, steht Analog In. Das sind also die analogen Eingänge unseres Arduinos und damit die Kabel jetzt hier nicht so irgendwie komplett wild durch die Gegend liegen, damit wir es ein bisschen nachvollziehen können, mache ich das Ganze mal derart. Also, wie gesagt, leider kann ich die Farben jetzt hier nicht ändern, aber ich glaube, die Schaltung ist nicht allzu kompliziert, sodass wir das dann auch gut erkennen können. Das heißt also, wir greifen jetzt hier einmal den Spannungswert, der abfällt am Multimeter ab, dann können wir den direkt ablesen und wir greifen einmal den Spannungswert hier über unseren analogeingang des Arduinos ab. Ich starte wieder die Simulation und entsprechend kann ich das hier einstellen. Der Arduino macht natürlich noch nichts, weil den müssen wir jetzt noch entsprechend programmieren. und das möchte ich Ihnen jetzt dann zeigen. Also, wir gehen hier auf unser Code-Beispiel beziehungsweise wir gucken uns vielleicht erst noch mal kurz an, wie funktioniert denn noch mal die Analog-Digital-Konversion. Wir hatten ja gesehen, wenn ich noch mal kurz auf die Präsentation zurückgehe, wir haben hier einen Befehl, der heißt der Analog-Read. Der liest also von unserem entsprechenden Beinchen, das jetzt hier an Null ist, das Ganze ab. Wir gucken aber mal vorsichtshalber in unsere Arduino-Referenz. Arduino.cc Dokumentation.com und schauen jetzt mal hier. Wir haben also hier den Befehl Analog-Read. Da findet man so das Wesentliche und man sieht also die Syntax. Man muss den entsprechenden Pin eingeben und hier steht dann auch drin, wie die Pins heißen. Beim Uno ist es halt A0 bis A5, beim Nano ist es A0 bis A7 und wir sehen halt auch hier, dass es hier die entsprechenden 10-Bit-Auflösung gibt. Es gibt auch noch ein paar andere Arduinos, Sie sehen auch hier, dann geht sogar die Bit-Auflösung weiter hoch, aber das wollen wir jetzt nicht unbedingt weiter vertiefen. Wir wissen, sowohl der Uno als auch der Nano, weil dahinter ja der gleiche Mikro-Controller steckt, haben jeweils 10-Bit-Auflösung und das wollen wir jetzt angucken und das können wir halt entsprechend mit unserem Befehl Analog-Read. So, dann gehe ich hier mal wieder zurück auf das Tinkercad, öffne meinen Editor im Text, haben jetzt hier, und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen klein für Sie, ich hoffe, ich kann das hier etwas größer machen. Ja, ändern wir jetzt hier mal den Text, wir haben hier noch unser Blink-Demo, das brauchen wir jetzt nicht, aber wir wollen gleich die abgetasteten Werte vom ADC über die serielle Schnittstelle an unseren PC senden und deshalb machen wir hier wieder, wie wir es in dem letzten Video gesehen haben, uns eine serielle Verbindung auf, also wir sagen jetzt hier Serial Punkt Begin 9600 Hier ist es leider jetzt nicht so, wie in der IDE von Arduino, dass die Befehle dann auch farbig werden und wir sofort sehen, dass alles richtig eingetippt ist. Wir machen mal das hier, was in der Loop-Funktion steht, weg und definieren uns jetzt mal dann eine Variable int, das nennen wir mal Abtastwert und dieser Abtastwert das ist halt gerade Analog Read und wir haben es ja eben gesehen, ich muss mal kurz gucken, ob ich das jetzt so ohne die Schnelle wieder hinbekomme, wenn ich hier mir den Arduino angucke, dann ist das unser Beinchen A0 also das heißt, wir sagen jetzt hier bitte vom Beinchen A0 den entsprechenden Wert auslesen und dann schreiben wir diesen Wert über die serielle Schnittstelle heraus, sagen also Serial.println Abtast Wert und das können wir jetzt eigentlich auch so schnell laufen lassen, wie wir wollen, aber wir können auch hier, damit der die entsprechende Darstellung nicht zu schnell läuft, machen wir hier mal ein Delay von irgendwie 100 Millisekunden rein, damit das Ganze alle 10 Mal pro Sekunde aktualisiert. Okay, also nochmal, wir machen hier eine Variable, hier ist es mal eine lokale Variable, die jetzt nicht global deklariert wird, sozusagen hier oberhalb der Void-Funktion, der Setup-Funktion, sondern wir können es natürlich auch hier lokal in dieser Funktion deklarieren, weil wir brauchen es ja im Moment nur in dieser Funktion, dann mache ich es hier halt lokal. Ich benutze den Befehl Analog Read von A0, es würde auch hier vielleicht Sinn machen, das Beinchen nicht direkt mit A0 zu kodieren, sondern vielleicht auch nach oben wieder eine Konstante oder eine Variable zu deklarieren, die da heißt Abtast Pin und dann sagt man da A0, das heißt, wenn man das Ganze auf A1, A2, A3 oder so verändert, brauchen wir das dann nur umzumachen. Auf der anderen Seite, das A0 taucht auch hier nur einmal auf, das heißt, die Änderung im Text ist dann auch nur an einer Stelle. Ich lasse es mal so, wie es hier ist und wir gehen mal hier raus aus dem Ganzen. Ich mache meine Darstellung dann ein bisschen kleiner. Ah ja, genau und das ist jetzt der Punkt, kann ich das hier rüberschieben? Nee. Moment. So haben wir es einigermaßen sauber beisammen. Wir sehen hier unsere Schaltung. Jetzt stehe ich da längst so ein bisschen vor. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das jetzt hier auch rüberschieben kann, damit ich, wie gesagt, da nicht mit dem Kopf so direkt vorstehe. und jetzt ist es nämlich interessant, hier unten haben wir den Serial Monitor. Den kennen wir ja schon von der Arduino IDE und jetzt starte ich mal hier meine Simulation und wir sehen jetzt, hier liegen 2,5 Volt an und der Arduino schreibt mir jetzt über die serielische Schnittstelle den Wert 511. Ja, das macht auch irgendwo Sinn, denn das ist ja genau die Hälfte, wobei wir hier natürlich nur ganzzahlige Werte haben, die Hälfte zwischen 0 und 1023. Ich hoffe, das können Sie sehen. Ich versuche es nochmal gerade eine Funktion hier größer zu machen, dass wir nachher auch dann die Effekte sehen. Der Arduino kann ja ruhig ein bisschen jetzt verdeckt sein, aber hier unten haben wir jetzt die Abtastwerte und jetzt schauen Sie mal, wenn ich jetzt hier an dem Potentiometer drehe, ich mache die Spannung kleiner und dann ändern sich auch hier meine entsprechenden Abtastwerte. Wenn ich jetzt hier auf 0 gehe, 0 Volt, dann macht der Arduino daraus einen Wert 0. Wenn ich jetzt hier auf 5 Volt gehe, dann macht er seinen maximalen Abtastwert, dann macht er hier seine 1023 draus. Also je nachdem kriege ich jetzt hier nach eingestellter Spannung, die ich hier oben sehe, immer eine proportional große Zahl, mit der ich dann ausrechnen kann, die dann sozusagen proportional ist zu meinem eingestellten Spannungswert. Wir gucken uns auch gleich nochmal ganz kurz an, wie wir das genau entsprechend umrechnen können. Aber wir sehen auf jeden Fall hier den Effekt, je kleiner die Spannung ist, desto kleiner ist mein Zahlenwert, je größer die Spannung ist, desto größer ist mein Zahlenwert. Der kleinste Zahlenwert bei 0 Volt ist 0, der größte Zahlenwert bei 5 Volt ist entsprechend 1023. Und das macht der Arduino hier genau und das ist jetzt sozusagen die Analog Digital Wandlung. Was wir uns jetzt noch vielleicht angucken, aber das ist schon mal das Wichtigste, was ich Ihnen zeigen wollte, wir haben diesen Befol Analog Read, wir können damit halt den Analog Digital Konverter dann abfragen und das haben wir dann deshalb auch letzte Vorlesung oder letztes Video gemacht, wir können diese Daten jetzt über die serielle Schnittstelle zum PC senden. Das geht hier in TinkerCats sozusagen als Simulation, aber das geht natürlich auch mit unserem Arduino dann über das USB-Kabel auch in der Realität. Gut, jetzt noch mal kurz die Überlegung und da bringe ich jetzt mal hier mein Tablet wieder an den Start. Wie kriege ich jetzt vom Abtastwert wieder die Spannung zurück gerechnet? Ja, was wir jetzt halt sehen, ich hoffe das funktioniert hier auch, wir haben also jetzt hier einen Spannungsbereich von 0 Volt bis 5 Volt, der wird vom ADC jetzt abgedeckt, das kann man auch noch verändern, aber wir gehen erstmal von diesem Standard aus, also das hier ist sozusagen unsere Spannungs nee, ich wollte eigentlich schreiben, das ist der ADC Bereich, das ist der ADC Bereich und der wird jetzt unterteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganz viele, nämlich 1024 Schritte, also 0 bis 1023 jetzt kann man sich überlegen, wie groß ist denn jetzt ein einzelner Schritt, den ich hier habe, wie groß ist der Unterschied zwischen zwei Stufen, Ja, das ist ja relativ einfach, das ist letztendlich halt die gesamte Breite, 5 Volt dividiert durch 1023, also Delta U ist hier in unserem Falle 5 Volt dividiert durch 1023 Schritte, das ist also jetzt im konkreten Fall, kann ich jetzt mal 5 Volt dividiert durch 1023, na, ich bin in der falschen Ansicht, das ist doch vom letzten Mal, wo wir in der Ansicht waren, wo wir in der Ansicht waren, wo wir in der Ansicht waren für Programmierer und Zeichenumwandlungen, also 5 Volt dividiert durch 1023, das sind 0,0049 Volt, und jetzt müssen wir im Endeffekt diesen kleinsten Wert dann entsprechend mit unserem Abtastwert multiplizieren, also U ist dann letztendlich Abtastwert mal Delta U, also in unserem Falle zum Beispiel U ist 511, das war ja die Mittelstellung mal Delta U, das Delta U habe ich da oben noch eingegeben, nämlich die 0,049 oder 0,048, also hier kann man auch schreiben, ist 511 mal 0,0049 Volt, und jetzt sage ich hier einfach mal mal 511 und ich komme halt hier auf 2,497, also ich komme hier darauf U ist ungefähr 2,5 Volt. Sie sehen aber auch, wir können halt nicht höher aufgelöst jetzt abtasten oder die Spannung bestimmen, wie dieses Delta U ist. Ja, ich habe jetzt einfach nur meinen Spannungsbereich von 0 bis 5 Volt in 1023 Schritte zerlegt und damit ist meine kleinste Größe, die ich verändern kann, halt hier 0,5 Millivolt, ja, wenn wir mal sagen, 1023 ist ungefähr 1000, 5 durch 1000 ist 5 Millivolt, also ich habe hier ungefähr eine Spannungsauflösung von 5 Millivolt, das heißt Spannungsänderungen, die kleiner als 5 Millivolt sind, kann ich dann auch wiederum nicht detektieren. Aber das ist im Endeffekt der wesentliche Punkt, das heißt, wir merken uns, wenn wir das jetzt halt sehen, wir bekommen halt hier einen Abtastwert vom, einen ADC-Wert vom Arduino, dann müssen wir wissen, wie groß ist meine Eingangsspannung oder meine Referenzspannung, die ist ja hier 5 Volt, das ist natürlich, wenn ich jetzt beim Arduino Nano gehe, 3,3 Volt, dann ist die Schrittweite kleiner, dann ist halt entsprechend mein Delta U ist UREF dividiert durch jetzt in dem Falle 1023, 1024 hätte ich jetzt einen ADC, der 12-Bit auflöst, dann sind es nicht 1024, sondern 4096 Schritte, das heißt, dann würde ich hier halt 4096 minus 1 in den Nenner schreiben, dann ist die Auflösung ungefähr viermal so groß, das ist mein Delta U, und dann muss ich halt nachher sagen, okay, wenn ich die wahre Spannung ausrechnen will, dann ist das der Abtastwert mal Delta U. Vielleicht noch ein letztes Wort zu dieser Referenzspannung, der Nano hat jetzt 3,3 Volt, der Uno hat 5 Volt, dadurch ist das Delta U beim Nano natürlich entsprechend kleiner, es ist nicht 5 Millivolt, sondern es ist ungefähr 3,3 Millivolt, dann denkt man ja vielleicht, es ist auf jeden Fall besser, den Nano zu nehmen, der Punkt ist der, dafür kann der Nano oder der ADC immer nur Werte zwischen 0 und der Referenzspannung auch dann digitalisieren, das heißt, 5 Volt kann der Nano schon gar nicht mehr digitalisieren, alles was größer als 3,3 Volt ist, geht nicht, denn wenn ich jetzt hier zurückgehe, auf der Schiene, die wir hier haben, ist halt beim Nano hier links 0 Volt und hier rechts 3,3 Volt, und dann ist der Wert dazwischen, wird in 1023 Schritte zerlegt, alles was drüber kommt, ist dann weiterhin für den Nano 1023. Ich kann jetzt nicht darüber hinweggehen, es bleiben 1023, weil einfach meine Eingangsempfindlichkeit, man spricht auch da von der ADC Dynamik, also dem größten Wert, den ich da bekommen kann, das ist damit dann entsprechend limitiert und deshalb müssen wir schauen, dass unser EKG-Verstärker halt jetzt genau in einen Spannungsbereich verstärkt, das Signal, was ja von meinen Elektronen kommt, ist irgendwo auch im Millivolt-Bereich, Submillivolt-Bereich, vielleicht auch wenige hundert Mikrovolt, das heißt, wenn ich dieses Signal sofort an den ADC anschließe, liege ich typischerweise unter Delta U und er kann es nicht auflösen, oder vielleicht ist es gerade Delta U, dann springt er irgendwie zwischen 0 und 1 hin und her, ich kriege aber auf jeden Fall kein sinnvoll aufgelöstes EKG und deshalb muss es verstärkt werden und der Verstärker muss dafür sorgen, dass die dann verstärkte Spannung genau in den Bereich fällt, in dem der ADC empfindlich ist, also beim UNO zwischen 0 und 5 Volt oder beim Nano zwischen 0 und 3,3 Volt. Wir werden auch noch später mal sehen, man kann auch diesen Bereich noch einschränken, und kann sagen, okay, nimm nicht 5 Volt, sondern nimm einen kleineren Wert, aber da wollen wir jetzt nicht zu gehen, heute geht es erstmal nur um das Grundprinzip, das werde ich jetzt noch ein letztes Mal demonstrieren und dann sind wir auch für heute entsprechend durch. Wir haben also hier jetzt eine Spannung anliegen an unserem Arduino am Eingang A0 und Sie sehen, ich kann hier bis zu sechs Eingänge anlegen, aber wir wollen im Endeffekt ja nur eine Ableitung am EKG oder eine Spannungsdifferenz messen. Die verbinde ich hier, ich habe die Befehle Analog Read A0 und schreibe sie dann über diese Schnittstelle raus und wir sehen jetzt hier, die Simulation läuft sogar noch, wenn ich also jetzt hier den Wert ändere, dann gehe ich halt hier entsprechend hoch und wir sehen dann, sobald ich höhere Spannung habe, nimmt der Zahlenwert unten zu und er variiert jetzt zwischen 0 und 1023 und wir beachten die Formel, die wir eben hergeleitet haben, um auf die Spannung zu schließen. Man sollte nicht denken, dass hier unten dieser Zahlenwert ist jetzt irgendwie schon eine direkte Spannung. Das sind jetzt nicht 532 Millivolt, sondern es ist Delta U mal 532 und in dem Fall ist unser Delta U ungefähr 4,9 Millivolt. Also das bitte immer beachten. Ich habe das schon auch gesehen, dass man denkt, das wäre schon ein Spannungswert. Nein, es ist nur ein Abtastwert, ein Zahlenwert zwischen 0 und 1023. Welche wirkliche Spannung dahinter liegt, hängt an unserem Delta U und damit auch an der Referenzspannung. Gut, das war es dann auch für heute. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Wir nähern uns jetzt immer mehr dem wirklichen EKG-Signal. Wir werden uns dann auch mal mit der Elektronik des EKG-Verstärkers auseinandersetzen. Sie kriegen ja aktuell auch Ihre Kits, sodass wir da auch vielleicht dann schnell auch loslegen können. TinkerCAD, vielleicht auch das nochmal, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Damit kann man experimentieren, auch einfach nochmal ein paar Sachen der Elektrotechnik nachvollziehen. Spannungsteiler, ganz einfach, aber auch deutlich kompliziertere Sachen. Und man kann halt auch den Arduino sehr schön simulieren. Ja, das war es für heute. Dann würde ich sagen, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Vorlesung bzw. bis zum nächsten Video. Tschüss.